shalom shalom freunde kente graupen ich habe heute suppe gekocht aus graupen das hat mein sohn sich ausgedacht wir haben makrelle genommen graupen und kartoffeln etwas zwiebeln dill gewürze curry pfeffer und salz und ja die suppe schmeckt richtig schön kocht es und vergiss nicht jesus brot des lebens shalom shalom